Guten Morgen zur Wochenmitte, Mittwoch, der 7. April 2021 mit mir Andreas Bernstein und den Blick auf den DAX vorrangig, denn wir schauen natürlich nicht nur auf den DAX, sondern auch verschiedenste Märkte in verschiedenen Formaten. Dazu nachher noch einen Hinweis, wo du mich findest und über den Handelstag begleiten kannst. Doch zunächst der erste Blick gilt der Morgenanalyse der Marktvorbereitung und diese habe ich hier entsprechend schon aufgearbeitet und per E-Mail versendet. Vielleicht war sie schon in deinem Postfach, vielleicht kommt sie noch in deinem Postfach, nutze dafür den Link unter der Analyse, unter dem Video. Doch jetzt das Dokument als erstes einmal von mir vorgetragen, sinngemäß wohlgemerkt, denn das Osterfeuerwerk im DAX war womöglich nur ein kurzes Osterfeuerwerk. Wir hatten gestern Rekorde über 15.300 Punkte gesehen, 15.311 wohlgemerkt und das Ganze spielte sich in der ersten Handelsstunde vorrangig in den ersten Handelsminuten ab. Wir starteten sehr dynamisch, wir hatten ja etwas nachzuholen. Am Montag gab es den Handel an der Wall Street, aber nicht im DAX. Da gab es noch den Ostermontag zu feiern und deswegen gab es zum Wochenstart hier erneut, muss man sagen, ein Gap, ein Wochenstart mit Gap sozusagen am Dienstag auf der Oberseite. Und das ist nicht das einzigste Gap und das Chartbild erinnert auch so ein Stück weit an. Chartbilder aus der vergangenen Woche, eine starke Eröffnung, dann ein Seitwärtslaufen innerhalb dieser Range, also begrenzt von den neuen Rekorden und auf der Unterseite begrenzt durch die Kurslücke und mehr ist dann nicht passiert. Und genau so hat es sich gestern ereignet, 102 Punkte Tagesschwankung. Das ist nicht viel Volatilität und ich benannte es gerade, das Chartbild hat so ein Stück weit daran erinnert, was sich in den letzten Wochen ereignet hat. Denn seit wir dynamisch von der 14.410 abgeprallt sind, hatten wir vier solche Situationen, wo das Gap letzten Endes geöffnet blieb. Und im Chartbild locken sie ein wenig, aber ich möchte davor warnen, dass man direkt hier auf ein Gap Close spekuliert ohne Signal. Denn hätte man dies in der Region getan, läge man jetzt locker 700 Punkte hinten. Und das kann natürlich nicht Sinn vom Trading sein. Also auf die Signale achten, womöglich auf zwei Signale achten. Zwei werde ich dazu vorstellen. Im Ausblick für den DAX, für meinen DAX-Handel heute Morgen. Wir sahen hier vorbörslich etwas schwächere Kursse. Das ist erstaunt. In den letzten Tagen hatten ja wir vornehmlich höhere Kursse in der Vorbörse. Und nun pendeln wir um das Tief vom Vortag in etwa. Ja, sind auch ein Stück weit in das Gap eingetaucht. Wenn man sich das Chartbild anschaut, ab der Endloskontrakt-Notifikation bis 22 Uhr. So haben wir quasi das Level von letzte Woche Donnerstagabend 22 Uhr in der Nacht nochmal erreicht. Aber ich lege hier zugrunde meist den Xetra-Chart oder den kompletten Endloskontrakt, deswegen dies nur als kleiner Hinweis, am Rande. Ja, was kann passieren? Das Gap Close kann geschlossen werden, klar. Und das wäre auch das erste Szenario. Tauchen wir unter die 15.200, dann ist das Szenario im Xetra-Handel wohlgemerkt ab 9 Uhr mein Favorit, dass wir bis zur 15.000 und 11.000, 15.000, nicht 11, 111, Entschuldigung, 15.000 und 98.000, 15.100, 111. Also in diesen Bereiche eintauchen, das ist Xetra-Tief, Xetra-Schluss vom Donnerstag, das ist gleichzeitig auch das Hoch vom Donnerstag, dieser Bereich. Und das lockt den Markt vielleicht etwas nach unten. Und damit würde sich dann auch die Tendenz, die weiter intakt ist, etwas verschieben, beziehungsweise es würde zu einem Trendbruch führen. Und hier sieht man es sehr, sehr deutlich auf 22 Uhr getimt, dass wir in der Nacht dieses kleinere Gap geschlossen haben, aber eben nicht das Xetra-Gap, was hier unten liegt. Und würden wir in diese Region vordringen zum Xetra-Handel nach 9 Uhr, dann wäre auf jeden Fall dieser Aufwärtstrend gebrochen. Und das könnte für Unstimmigkeiten am Markt sorgen. Also das ist auf alle Fälle etwas, worauf ich achte und wie ich mein Trading heute ausrichte. Wenn du dein Trading so ein Stück weit auch an meinen Kommentaren ausrichten möchtest, dann bist du willkommen, ab kurz nach 8 Uhr auf Twitch mir zu folgen. Und dazu der Hinweis, den Link zu benutzen, auch unter der Analyse, denn mein Twitch-Channel heißt nicht mehr A. Bernecker. Das war ein kleiner Rechtschreibfehler damals und den konnte man nicht korrigieren. Man muss hier erst mehrere Monate quasi sich verankert haben in der Community. Dann kann man ihn umstellen und dann habe ich ihn gleich umgestellt auf den wohlklingenden Namen Fit4Finanzen, also Fit4 und Finanzen. Aber da wirst du mich sicherlich, wenn du mich schon abonniert hast, auch wiederfinden. Ansonsten bitte das eingeben oder dem Link folgen, damit wir uns nicht verpassen. Wie gesagt, kurz nach 8 Uhr geht es los. Dann später mit Long oder Short, mit Markus Klebe und am Nachmittag natürlich auch nochmal hier auf diesem Kanal. Was passiert in der Wirtschaft? Einiges. Und die Wirtschaftsdaten zeigen uns auch die Impulse und das Geschehen dann zu bestimmten Stichzeiten auf. Das IWF-Treffen hat stattgefunden. Wir sehen heute Morgen den Einkaufsmanager Index Dienstleistung aus Spanien, aus Italien, später den Market PMI noch aus Deutschland und der EU nachgereicht. Am Nachmittag 14.30 Uhr spannen die Handelsbilanz aus den USA und Termin des Tages dürfte dann 20 Uhr noch einmal das FOMC-Protokoll sein, das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung. Was haben die verschiedensten Menschen dort in ihrer Beratung gesagt? Wie ist die Ausrichtung auf das weitere Vorgehen und das ist nach bestem und gewissen Wissen von mir recherchiert worden und meine Meinung, die ich hier darbiete, genauso wie auf anderen Plattformen. Und da möchte ich einmal die Analyse-Plattform TradingView hier mit ins Bild bringen. Auch da habe ich die Gaps eingezeichnet. Das kleine hier nicht, aber die drei großen habe ich eingezeichnet und basierend auf diesen Gap-Abstoß diesen Aufwärtstrend im Xetra-Chart. Und ja, der würde noch halten, wenn wir das Gap sehr, sehr zügig schließen. Also da bin ich gespannt, was hier letzten Endes passiert nach 9 Uhr und ich denke, es ist auch für dich spannend und wir bleiben beide hier am Ball an der Börse und sehen uns dann später auf dem einen oder anderen Kanal wieder. Bis dahin, bleib erfolgreich und gesund. Dein Andreas Bernstein. Dein Andreas Bernstein. Dein Andreas Bernstein. Dein Andreas Bernstein.